Der meine Geburtstagsparty gesprengt hat, es war sehr mutig von ihm. Monta an dieser Stelle, du bist ein sehr mutiger Dude. Du hast dich einfach getraut, auf der Party zu erscheinen. Einfach meiner Frau in Jogginghose entgegenzutreten. Respekt. Man kann zu kurzem Blick hier auf Warcraft schieben, dass er sich bitte in Schale werfen soll. Ich selber wollte eigentlich auch mit Jogginghose kommen, aber meine Frau hat eine miese Abendgarderobe eingerichtet. Und das Geile war, Monta ist dann angekommen. Und ich sehe, wie er aus dem Auto läuft, auf mich zukommt. Und ich freue mich, auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen Seite denke ich mir, scheiße, scheiße. Meine Frau steht so ein bisschen abseits, unterhält sich so mit einer Freundin. Ich sage ihr mal lo, auf einmal dreht sie sich um. Er hätte diesen Blick sehen müssen, oh mein Gott. Ich dachte, okay, jetzt ist es geschehen. Jetzt ist es um Montana Black geschehen. Aber ging klar. Er durfte rein. Er hat auch sogar mit uns gefeiert. Ist bis zum Ende geblieben. Info an Monte schicken. Dicker, du hast mich hier um das Vom Bordstern bis zur Skyline-Tape bzw. CD gebeten. Ich habe heute mit Specter telefoniert und Specter hat mir versprochen, nochmal in den Agro-Berlin-Kellern zu graben. Und wenn er ein Vom Bordstern bis zur Skyline-Album findet, dann hat er mir versprochen, es mir zu geben. Und dann kriegst du es von mir, wie versprochen. Das war ja eigentlich der Grund, warum Monte und Bushido sich überhaupt kennengelernt haben, meine Damen und Herren. Monte hatte mir unabhängig und zack, bam, let's live. An dieser Stelle auf jeden Fall dicken Kuss auf die Nuss, Monte. Fettgeile Aktion, Alter. Den werde ich gleich mal hier behalten, siehst du? Den kann ich nachher gleich mal koppeln und werde mal eine Runde Playzizocken mit dem Ding, Alter. Feier ich. Und das Geile ist, er hat nicht nur mein Bushido B, sondern auch das Tattoo auf meinem Handrücken. Auch verewigt. Übergeil, Alter. Feier ich. An dieser Stelle, vielen, vielen lieben Dank, Monte. Beste Geschenk, Alter. Richtig geil. Darf es nächstes Jahr auch wieder in Jogginghose kommen, Alter. Nur mal so nebenbei. Und deswegen, Leute, beruhigt euch mal. Und hatet auch den guten Monte nicht. Ja.